Heute in meinem Aufgetischt Spiele, die ich so gut wie nicht da habe, aber ich rede trotzdem drüber. Los geht's! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu meinem Aufgetischt. Und eigentlich nach Japan, aber ich bin wahrscheinlich doch noch in Japan. Nein, Moment, ich bin gerade noch nicht in Japan. Ich werde in Japan sein. Und wenn ihr das hier seht, schon wieder aus Japan zurück sein, das ist irgendwie ganz schräg. Das ist wie so ein Zeitreisefilm eigentlich. Wie dem auch sei, hier schon mal mein Aufgetischt, weil es einfach doch ein paar Spiele dann schon sind, die ich jetzt schon gedreht habe. Mal gucken, ob ich am Schluss noch einen kleinen Japan-Einschub mache. Mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt zeige ich euch ein paar Spiele, die ich noch in den Wochen gespielt hatte. Und ja, Artischocken hat den Start gemacht. Artischocken, ein Spiel, das mir Gwen geschenkt hat. Und ohne zu wissen, was das ist, wie das ist, es sieht lustig aus, könnte was sein. Ich kannte es allerdings schon. Aber ich sagte dann, Schatz, super, ja, ist ein lustiges Spiel. Als ich das auf der Spielewoche gespielt habe, habe ich wieder gesehen, ja, es ist schon irgendwie unterhaltsam. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, mal zu zweit zu spielen. Und, ha, sie fand es auch gut. Ja, es hat irgendwie dieses Element des Deck-Abbauspiels, sag ich schon fast. Oder Artischocken-Rauswerfspiel. Ja, so, natürlich muss man am Anfang so ein bisschen gucken, was macht das? Was macht das? Ja, gut, Kartoffel, klar. Ja, Karotte, klar, ne? Man hat so ein paar Favorite-Karten, die irgendwie eindeutig gut sind. Da ist halt in die Gefahr, ich weiß nicht, wenn man das oft spielt, ob man dann irgendwie so merkt, okay, man macht ja immer das Gleiche, weil das am effektivsten ist. Natürlich liegen immer andere Karten aus. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch auch vielleicht so eingetreten ist und ihr dann gesagt habt, boah, irgendwann hat sich das ausgespielt relativ schnell. Bisher kann ich das noch nicht behaupten. Ich weiß gar nicht, ob wir ein oder zwei Runden gespielt haben. Auf jeden Fall hat das Laune gemacht. Das hat sogar eine Playmat dabei. Wow, ja gut, ist natürlich nur aus Papier. Aber hey, ich meine, das kann nicht jedes Spiel von sich behaupten, das in dem Preissegment ist. Deswegen, ja, es ist unterhaltsam, sieht knuffig aus und kann man auch ganz gut, glaube ich, mit der Familie spielen, wenn man sich da am Anfang ein bisschen darauf einlässt, dass man so ein bisschen die Karten kennenlernen muss. Aber ich finde, das geht relativ schnell. Also, Artischocken, ein sehr cooles, kleines Spiel von Emma Larkin. Sag Emma, deswegen gefällt es uns so gut. Wer hätte es gedacht? Ja, gut. Hier, ein weiteres Spiel von Uwe Rosenberg. A.K.A. Uwe Rosenberg. Sagani, ja, Gwen hat natürlich das wieder ausgesucht und gesagt, hey, komm, lass uns noch eine Runde Sagani spielen. Wir spielen einfach jetzt mal was, was wir kennen, beziehungsweise Artischocken habe ich ja so ein bisschen untergejubelt. Ähm, aber Sagani, ja, war, hat auch wieder Spaß gemacht, wobei diese Partie verheerend bei mir lief, ja. Ich hatte schon Ewigkeiten nicht mehr so viele Plättchen liegen, die ich einfach nicht vollenden konnte. Weißt du, da hast du dann so ein paar Klangscheiben da drauf liegen, ähm, und, äh, siehst du, okay, da geht ein Pfeil nach da, ne. Ja, oder das Ziel ist es ja eigentlich, ähm, dass man Punkte macht, indem man die Pfeile, also die Farbpfeile verbindet. Und die Pfeile müssen halt auf ein anderes farbiges Plättchen zeigen. Also wenn ein weißer Pfeil nach oben geht, dann muss irgendwann eben oben ein weißes Plättchen gelegt werden, damit diese Karte erfüllt ist. Und wenn halt lauter Zehner da liegen, ja, die dann vier Pfeile wollen, die in irgendwelche Richtungen gehen und irgendwelche Farben verlangen, dann ist es schon manchmal hart, da musst du ja eins nehmen. Und am Schluss war es bei mir so kacke, ich musste dann, glaube ich, vier Klangscheiben geben, was ja jeweils zwei Minuspunkte sind. Und dann konnte ich Gwen einfach nicht mehr aufholen, ne. Also das war dann schon am Schluss so, okay, egal, was ich mache, äh, ich bin zwar dann doch mal gut rangekommen, weil ich dann mit den Klangscheiben dann doch noch so ein paar, ähm, Plättchen erfüllen konnte. Aber da habe ich auch kein Land mehr gesehen, ne. Also das war, äh, war aber trotzdem cool, ja. Es war mal wieder so ein Erlebnis, ich weiß, dass die Partien vorher bei mir immer recht gut liefen. Ich glaube, die habe ich auch immer gewonnen. Aber diesmal hatte ich echt, boah, das lief gar nicht, ne. Und Gwen hatte keine einzige Klangscheibe, äh, Missklangscheibe, also Minuspunkte. Aber Sagani, super cooles Plättchen-Knobelspielen, ja. Also, ich brauche keine anderen Plättchen-Liegespiele, ja. Vielleicht noch Wild Wild West, weil das in eine andere Richtung geht, ein bisschen knackiger noch. Äh, aber das ist so ein cooles Ding eigentlich, das zieht auch nie wieder aus, denke ich. Oh, harte Worte, ne. Aber Sagani macht immer noch, immer wieder Spaß. Ja, Benni hat die Crew-Family mitgebracht und, ähm, er hat es so lustig in seinem, ähm, aufgetischt gesagt, als ich da meinte, hä, wie macht man jetzt Stiche? Ja, es ist eigentlich kein Stichspiel, ja. Die Crew damals hat ja begeistern können, ne, wie ich schon im letzten aufgetischt hatte, The Gang, dass man ein Konzept hergenommen hat, in dem Fall ein Stichspiel, und hat gesagt, hey, jetzt machen wir es kooperativ. So, und ich denke, hä, was? Aufgaben erfüllen, kooperativ, Stichspiel, what? Was ist denn das? Und wow, es funktioniert, ja. Und jetzt die Crew-Family, und das ist eher so ein Uno-Verschnitt, aber auch mit den Aufgaben. Man will eine gewisse Reihenfolge haben und muss immer die vier Karten ausspielen und man kann eben nur Farbe auf Farbe oder Zahl auf Zahl und muss dann eben in die gewisse Richtungen kommen und das hat was, ja, und das ist, glaube ich, auch sehr gut mit der Familie spielbar, weil das ist ein Konzept, das hat so ein bisschen die Crew-Vibes, aber ist halt doch was anderes und perfekt für die Familie, ja, für die Kenner oder die ein bisschen knackigeren Expertenspieler, das ist zu seichnen. Wir haben auch die ersten paar Missionen dann immer weitergesprungen, weitergesprungen, wir haben das so super gelöst. Ganz hinten wurde es dann ein bisschen knackiger, wo wir dann schon, ja, knapp gewonnen haben, aber das war, ja, man merkt, das ist halt doch eher was für die Familie. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Egal, ich gehe zum nächsten Spiel über und bringe euch Zug um Zug Legacy. Ja, Thomas, Caro, Julian, ich haben es weitergespielt, da werden wir auch noch eine Weile dran knabbern, aber wir haben tatsächlich sehr knackig gespielt diesmal, ja, also wir waren, glaube ich, in eineinhalb Stunden durch, mit dann dem ganzen Aufabbau und alles durchmachen, zwei Stunden, das war, glaube ich, ziemlich gut und eine der schnellsten Partien, die wir hatten und, ach, ich würde euch so gern was darüber erzählen, aber, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Karte unten rechts endlich aufgedeckt, weil die sah immer so aus, hä, was soll da kommen? Da ist ja nicht viel Platz, da gehen vielleicht zwei Schienen hin und ein bisschen Wasser. Was kommt denn da jetzt? Und dann, oh, okay, was ist das denn? Interessant, ein nettes, ich spoilere mal ein bisschen, Sidegame. Ja, was auch immer das heißen mag, weiß man nicht. Okay, also nichts wirklich gespoilert. Natürlich kommen ja immer Elemente dazu und da ist jetzt auch wieder was, wo ich denke, ah, okay, das wäre natürlich cooler gewesen, wenn man es ein bisschen früher gehabt hätte, aber ist ja egal, ne? Kann man trotzdem noch gut integrieren und schauen, was man dann damit macht. Ja, man darf ja nichts erzählen. Es ist eigentlich cool. Ich hoffe, dass ihr das jetzt auch bald wieder erhaschen könnt, wenn ihr das kaufen wollt, weil es war ja schon eine Weile out of print oder halt nix mehr da, ja, und jetzt kommen aber, glaube ich, wieder so langsam die, ähm, ähm, Exemplare in die Läden. So, nächstes Spiel. Printing Press. Das ist der kleine Bruder von, ähm, ähm, Guttenberg. Ja, es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich denke, okay, warum hat man das gemacht? Vielleicht ein bisschen, ja, Cash kau, ne, keine Ahnung. Bisschen vielleicht für die Familie, weil es nicht ganz so komplex ist vielleicht, weil Guttenberg jetzt auch nicht so der Brecher ist, aber, ähm, hat schon ein bisschen mehr Elemente und das ist jetzt vielleicht so die Target-Variante, ja, so die man, die man beim Karstadt vielleicht kaufen kann, Printing Press, so auf die Art, ne? Ja, während, äh, man Guttenberg eher im, im gewählten, ausgewählten Spieleladen holt und das Feeling hat man auch, obwohl es, es hat coole Elemente, ja. So dieses, ich baue ein Raster, das hat mich auch so ein bisschen an Dreamrunners erinnert, weil das Raster, äh, am Anfang nicht so ganz passen muss, das kann auch mehr sein, aber am Schluss legt man dann dieses Fenster drauf und wertet dann die Sachen, die da drin sind und das hat ein cooles Element, ja, muss ich sagen, fand ich schön, wir hatten da so ein, zwei Sachen, die wir ein bisschen falsch gespielt haben, das hat jetzt aber den Spielspaß nicht getrübt, ich hab den Benni, ähm, voll hier abgezogen, ne, aber, ähm, es, es hat sich ganz cool angefühlt, weil man auch so ein bisschen durch diese Plättchen noch so ein bisschen Möglichkeiten hat, ein paar Punkte zu machen, die da halt so drauf zu legen, weil man manche Sachen definitiv braucht, um größere Aufgaben zu erfüllen und das hatte ja dann, ähm, Guttenberg ja auch schon so ein bisschen, ja, also, ist was, das überraschend gut war, ja, ähm, ob man es jetzt kaufen muss oder ob jetzt Guttenberg besser ist oder das besser ist, ich glaube, Guttenberg gefällt mir halt so vom Gesamtkonzept ein bisschen besser, aber Printing Press hat auch Spaß gemacht, ja. So, dann kommen wir zu einem Spiel, das von einer Firma oder einem Spieleverlag hier hergestellt wurde von Final Frontier Games. Ja, was haben die gemacht? Coloma, das da hinten steht, ähm, sie haben Few and Cursed gemacht und so weiter und so fort, ähm, ähm, ja, hier, ähm, Bartu Drove, hier hinten diese alle stehen, äh, Merchants Cove, und das ist jetzt aus der Pillars of Creation-Line, wo so ein bisschen andere Kulturen belichtet werden oder beleuchtet und passend hier, The Girl Who Made The Stars. Ja, und was kann ich dazu sagen? Es ist einfach Schrott. Ja, es ist ein Kickstarter und das waren zwei Spiele, das andere ist hier hinten Solani, was so ein bisschen Asyl-mäßig ist, äh, ist jetzt auch nicht so richtiger Kracher, hat mir aber doch ganz gut gefallen, weil es tatsächlich diese Asyl-Vibes hatte und das fand ich auch noch cool. Das hier dachte ich, okay, Plättchen lege, irgendwelche Sternbilder verbinden, super. Worker Placement, geil, man setzt irgendwo rein, baut Wege und versucht dann die Ressourcen zu sammeln, die dann einzusetzen für Punkte, cool. Und dann spielt man das Ganze und denkt sich, äh, hä, und okay, okay, und es hat so einen Ascheturm, man kriegt so Aschescheiben, die man so einen Turm reinwirft und dann kommen die raus, dann bleiben die auf so Farben liegen, dann nimmt man sich eins und kriegt dann entsprechend solche Sternenlichter für, ähm, der Farbe entsprechend und das ist alles irgendwie, klingt cool und wenn man das spielt, fühlt sich das irgendwie nach Rotz an. Es fühlt sich so, manchmal hat man so Aktionen, da kann man nichts machen, dann mache ich halt das, okay. Und dann will man diese Wege entlang gehen, kriegt dann Punkte und denkt sich, ja gut, ich, äh, ich, ich baue aber die Wege auch für die anderen und es liegen genauso viele Plättchen aus, wie Spieler sind, das heißt, da gibt es nicht mal ein Rennen. Dann sind die Worker Placement Felder für jedermann zugänglich und du denkst nur, hä, für was spiele ich das dann überhaupt, ne, wenn da irgendwie gar kein so richtiger Konkurrenzkampf ist und, und, dass das reinplätteln irgendwie sich so komisch anfühlt und dann gibt es ja diesen Sternenstaub, der dann inflationär, äh, ja, zu erhalten war, was ich gedacht habe, okay, da kann man vielleicht so ein bisschen, boah, hoffentlich kriege ich den, weil dann habe ich mehr Möglichkeiten. Nix, irgendwie, keine Ahnung. Und die Regel ist halt sehr schwierig geschrieben. Also, wow, das ist so eine krasse Enttäuschung, wo ich echt dachte, könnte mir gefallen und schon beim Regellesen gedacht, oh Gott, okay, mal ausprobieren, ob es sich wirklich so komisch spielt und, ja, also, boah, leider nix. Ja. So, dann kam noch ein Allplay-Titel auf den Tisch, aus, aus dem Tisch, aus dem Tisch vielleicht kam es auch, weil aus dem Sand raus, Rainer Knizias, Through the Desert, ein Spiel, das eine 7,3 oder sowas bei Board Game Geek hat und jetzt neu, in der neuen Aufmachung von Allplay gemacht wurde. So, ja, Material, eigentlich designtechnisch hübsch, aber es sind halt so kleine Plastikkamele drin, die sich jetzt nicht ganz so hochwertig anfühlen und halt Holz sieht immer ein bisschen schöner aus, so Plastik ist halt immer so ein bisschen, hm, ja, okay. Dann hat man irgendwie wohl vergessen, einen, ähm, eine Wasserstelle auf das, Brett zu drucken und die Antwort war dann, ja, äh, hier habt ihr das Template, das könnt ihr euch ausdrucken und irgendwie draufkleben. Und dann war da irgendwie so, dann in der Community, so dieses, hä, wollt ihr jetzt nicht einfach irgendwie einen Sticker zuschicken in einem Briefumschlag? Das wird jetzt nicht die Welt kosten. Nö, macht man nicht. Okay, gut. Wie dem auch sei, egal. Ich hab mir gedacht, ja, dann dachte ich, cool, ähm, das hat mich so ein bisschen an, ähm, dieses Kamelspiel, was ich habe, was ich gerade nicht weiß, wie es heißt, ähm, Kameltreiber heißt. Jetzt weiß ich es wieder. Sehr gut. Ähm, ist mir wieder eingefallen. Erinnert so, dass man so die Karawane so entlang führt, wobei dort ist es ein Rennspiel so ein bisschen mit verdeckten Bewegungen und hier dachte ich, oh, das erinnert mich so ein bisschen dran, ähm, klingt cool. Ja, jetzt haben wir es gespielt. Gut, bei Board Game Geek steht, spielst nicht zu zweit, besser mit drei, vier Spielern oder fünf, äh, ja, vielleicht, kann ich mir vorstellen, aber, ähm, ich glaube, Benni hat es ganz gut ausgedrückt in einem unserer Videos, äh, dass es sich sehr mathematisch anfühlt und ich glaube, die Knizia-Spiele sind so ein bisschen mathematisch, wobei mir Stefan-Fels-Mathematik besser gefällt als Knizias-Mathematik. Es fühlt sich natürlich strategisch an, aber es ist so ein bisschen dieses Schach-ähnliche, da muss man Bock drauf haben, ja. Also, ich hatte jetzt schon, glaube ich, mehr Spaß als Benni mit diesen Kamelen reinsetzen und hier und da, aber ich habe gemerkt, dass ich so einen kleinen Fehler drin hatte, weil ich so nicht, ich habe gesehen, oh, da sind coole Plättchen, hier sind coole Plättchen und habe mich realisiert, dass ich ihn auf der rechten Seite allein gelassen habe und wenn man natürlich alleine auf einer Seite ist, kann man diese Gebietsabgrenzung machen, weil man kann mit den Kamelen sozusagen ein Gebiet abgrenzen von einer Farbe, natürlich dürfen da keine anderen Kamele drin sein und dann bekommt man einen Punkt für jedes Feld, das sich da drin befindet. Das heißt, du wirst natürlich nicht einen komplett auf einer Seite allein lassen, weil du ihm ja die Wege abschneiden möchtest und das ist so ein bisschen, so ein Cutthroat-Ding, dass man halt versucht, okay, ich will das hier einsammeln, will da noch ein bisschen rum und hier noch ein bisschen eingrenzen und da was einsammeln, das ist so ein bisschen, man sammelt irgendwie die Punkte ein und versucht es den anderen so ein bisschen wegzunehmen und gucken, wo der andere hingeht, aber ja, ich habe auch gemerkt, irgendwie gefällt mir das System auch nicht so richtig. Ja, das ist schon, Strategie gefällt mir eigentlich schon, aber es ist nicht so wirklich spektakulär und es kann natürlich passieren, wenn man nicht aufpasst, dass man da voll abgezogen wird und ja, so im Nachhinein dachte ich mir, hm, ich glaube, ich habe mir davon mehr erhofft und es war ja gut bewertet, viele Leute fanden es gut, es hat ja auch einen Grund gehabt, wahrscheinlich, dass man es neu aufgelegt hat. Schlechte Spiele tut man ja nicht neu auflegen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht dachten sie Gnizia, das zieht, boah, klar, da sind noch ein paar Erweiterungen drin und so, aber nee, irgendwie ist das ein Spiel, was nicht so richtig überzeugen konnte, leider. So, was mehr überzeugen konnte, war, Klink, ja, ein Spiel, das mich schon so ein bisschen an Sky erinnert hat, aber auch irgendwie ein bisschen an Nessos, weil man hat dieses Element, ich nehme zwei Karten, darf mir nur eine anschauen, okay, wenn das jetzt eine niedrige Zahl ist, man will ja so wenig Punkte wie möglich machen, wenn da jetzt eine Minus zwei steht, denke ich, okay, die nehme ich, man muss aber beide aufdecken und dann wäre da jetzt die andere Karte jetzt besonders schlecht, zehn Punkte und dann denke ich, oh Gott, jetzt habe ich zwar eine Minus zwei, aber zehn Punkte oder sie ist halt auch gut, ne, man kann aber auch sagen, ich schiebe das zu jemand anderem und der kann sich dann wieder eine der zwei Karten anschauen und kann dann auch entscheiden, vielleicht hat er ja die gleiche gesehen wie ich oder eine andere und denkt sich, ja, komm, ja, oder er schiebt sie wieder zu einem anderen weiter, das geht halt so lange gut, bis man halt jeden abgedeckt hat, weil man darf nur einmal zu einem schieben, ne, oder es darf nicht wieder zu einem zurückkommen, so rum, hat ein cooles Element und versucht dann natürlich auch, wenn man zwei gleiche Karten hat, werden die umgedreht, das heißt, man kriegt die Punkte nicht, ja, so ein bisschen dieses Golf-Prinzip und wenn man eine Straße hat, kann man diese Special-Fähigkeiten nutzen und das hat was, ja, das hat so ein bisschen dieses, ein bisschen Puschelack natürlich auch, aber so taktische Elemente, gebe ich es jetzt ihm, der es vielleicht weiterschiebt und man kann so ein bisschen den Kingmaker ausschalten, ja, dass man so ein bisschen sieht, oh, der hat jetzt wenig Punkte, lass uns mal so schieben, dass er vielleicht dann Pech beim Ziehen hat oder Lars hatte nur Glück beim Ziehen und jetzt das Geile war, ich hatte die erste Runde, hab gezogen und dachte, oh, nehme ich, ich decke auf, okay, nächste Karten, weil immer der, der die Karten nimmt, der darf auch weitermachen und ich gucke, ja, okay, decke auf, uh, eine Acht, blöd, nehme die nächste, Decks, ha, eine Acht, geil, nehme ich, decke auf, hab dann die Acht wieder umgedreht, hatte wieder eine andere Karte und das heißt, ich habe die erste Partie quasi solo gespielt, hatte dann zehn Karten ausliegen, hatte minus drei Punkte, Benni und Lars null, war doch mal ein guter Start, das kann natürlich auch passieren, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher, aber, ja, letztendlich habe ich aber dann weit verloren, weil am Schluss dann, äh, bei den späteren Partien, äh, ging es dann schon ein bisschen härter zu sagen, nee, ich habe nicht hart verloren, sondern Lars hat ziemlich gut gewonnen, ne, sag ich mal, am Schluss haben sie mir noch ein bisschen was reingedrückt, der Sicherheit halber, war aber taktisch, klug, hat super cool funktioniert, gefällt mir, ja, ist so ein bisschen tatsächlich, der, vielleicht Skyo Killer, weiß ich nicht, Skyo hat dann immer noch ein bisschen dieses Bier im Pretzel Feeling, hier muss man schon ein bisschen mehr taktisch denken, aber, ich finde es unterhaltsam, bei ein paar Kommentaren, äh, bei Board Game Geek habe ich gesehen, so dieses, ja, ein bisschen zu viel Regel für so ein Spiel, ach, finde ich jetzt nicht unbedingt, ja, natürlich ist es ein bisschen mehr, aber nicht so krass wie Silver, ja, also, äh, Klink hat was, ich weiß zwar nicht, warum man hier ein versiegeltes Spiel öffnet, und dann auf einmal keine Spielanleitung und kein Wertungsblock drin ist, was ist denn da passiert, hat das jemand sich gedacht, ha, beim Verpacken, ha, brauche ich zu, ne, keine Ahnung, was da passiert ist, mal gucken, was Asmodee sagt, ähm, fand ich ein bisschen überraschend, weil ich dachte so, hä, hat Benni da nicht auch in seiner Version, äh, eine drin gehabt, guck, ne, Wertungsblock, Anleitung, und das war original versiegelt, war nicht dabei, ja, komische Dinge können halt passieren, so, dann, Wuchs im Wald, ja, der Benni hat das gesehen, dass das bei Board Game Arena verfügbar ist, und dann hat er mich da gleich dazu eingeladen, ja, Wuchs im Wald, ich hab's ja vor längerer Zeit mal gespielt, und musste da erstmal wieder so ein bisschen reinfinden, wie man das spielt, ich find's nicht schlecht, aber, ich find Stichspiele, bei denen man, ähm, vorher, ne, warte mal, Moment, wie sag ich das, also, das ist ja auch wie bei, äh, nicht bei Sale, bei, ähm, Ghost of Christmas, dass man, 0 bis 3 Stiche sind 7 Punkte, glaube ich, alles andere sind die Punkte, wie man Stiche macht, und dann ab 7 bis 9 macht man auch 7 Punkte, und dann, wenn man mehr Stiche macht, dann kriegt man gar nichts, ja, das ist so ein Ding, das ist irgendwie spannend, weil man das irgendwie schaffen möchte, aber manchmal ist es ultra schwer, jetzt zu sehen, ah, kann ich jetzt auf 0 spielen, und dann versucht man's, und dann kriegt man doch irgendwie eine Trumpffarbe reingeblättert, und muss dann doch irgendwie bekennen, und kommt dann auf 4 Stiche, und denkt, ah, jetzt muss ich ja doch wieder irgendwie Stiche machen, und das kann so mal so ein bisschen frustrierend sein, und wenn jemand das gut kennt, und dann gut spielt, macht's das umso schwieriger, dennoch finde ich das Konzept ganz interessant, finde aber, dass es bei Fuchs im Wald Duett interessanter ist, und cooler ist, weil man ja kooperativ spielt, das hat das gleiche Prinzip, aber, das hat mich dann auch wieder nach An Sale erinnert, dass man dann versuchen muss, diese Wege quasi entlang zu laufen, weil diese Stiche, die man da macht, Tatzen haben, diese Bewegung quasi festlegen, und das hat was, das finde ich irgendwie cool, finde ich irgendwie ansprechender, also wenn jemand mit mir Fuchs im Wald spielen möchte, und hat beide Varianten, würde ich definitiv immer die Duett-Variante vorziehen, ist natürlich kooperativ, aber mir gefällt das System, finde aber das im Wald schwer zu spielen, und finde deswegen Duett besser, ja, das mal dazu, dann, nach sehr, sehr langer Zeit, haben der Michael und ich mal wieder Tainted Grail besucht, äh, Avalon besucht, und Tainted Grail gespielt, ja, der letzte Ritter wartet immer noch auf uns, wir haben Kapitel 8 fertig gespielt, und, da geht es dann, ähm, darum, ja, musst du wieder jemanden suchen, und ein bisschen durch die Gegend laufen, wobei wir nicht viel laufen eigentlich, ist ja schließlich kalt da, ähm, und das Coole war, ich konnte viele meiner Quests erfüllen, ähm, die, diese Sidequests mit den, Charakter, ähm, Geschichten, ja, äh, das war dann, hab die Karte und, äh, erfüll das, feilsche hier und was auch immer, und dann hab, hab ich mir so ein bisschen die Story vorgelesen, hab dann jetzt sogar zwei Karten erfüllt, die quasi zu meinem Charakter gehören, die kann ich dann irgendwann mal einsetzen, und, äh, ja, jetzt mal hier und da noch so ein paar Sachen aufgerüstet, und, ähm, ja, wir sind jetzt guter Dinge und laufen jetzt Richtung Tuatan, glaube ich, ähm, und gucken, was uns da erwartet, ja, hat wieder ein paar schöne Elemente gehabt, wir konnten das Spiel sogar an einer Stelle austricksen, weil, ähm, der Michael hatte eine Karte in seinem Deck, bei dem er sagt, okay, ihr, verlasst den Kampf quasi, und das, oder, oder die, ähm, Diplomatie, äh, ich weiß gar nicht mehr, und, äh, ja, es gilt als geschafft, aber es ist weder ein verlorener Kampf, noch ein, ähm, dass wir den irgendwie, äh, uns zurückgezogen haben, sondern es war einfach, ihr habt das jetzt geschafft, als wäre nichts passiert, und so konnten wir einem ziemlich ekligen Gegner eigentlich umgehen, das war irgendwie witzig, ja, weiß nicht, ob das so gedacht war, aber es war auf jeden Fall regelgerecht, ja, äh, Tainted Grail, ja, es, es nimmt wieder ein bisschen Fahrt auf, es ist immer noch spannend, ähm, jetzt, ähm, ja, mit dem Menieren, das ist auch irgendwie ganz jetzt cool gemacht, weiterhin, äh, wir spielen die Kampagne weiter, das wird einfach noch weitergehen, und mal schauen, äh, was sich da noch so an Storys ergeben, ja, ähm, genau, so, dann, hab ich dann doch in der Mittagspause mit dem, ähm, Benni und dem Lars nochmal Peis gespielt, also Benni hat ja die alte Version Pi mal Pflaumen irgendwann mal gespielt, der Lars war bei einer Fünferpartie mit dabei, glaube ich, und da kam das so okay an, und wir haben es jetzt in einer Dreierpartie gespielt, und das hat komischerweise richtig Laune gemacht, äh, es, es wird ja immer so ein bisschen als Tricktaking genannt, aber eigentlich spielt man ja Karten aus, ähm, die eine gewisse Zahl haben, und die höchste Zahl liegt eigentlich nur, denjenigen fest, der zuerst eine Karte wieder nehmen darf, die gerade alle ausgespielt wurden, ähm, und das ist irgendwie ein interessantes Konzept, und, ähm, ich finde, es hat ganz gut funktioniert, es hat Spaß gemacht, es gibt dann nur so ein, ah, so ein kleines Manko irgendwie, weil, ähm, man muss ja auch diese Punktekarten sich holen, das heißt, diese Karten, mit denen man Punkte machen kann, so rum, das heißt, die Karten, auf denen draufsteht, du brauchst drei A's, ja, also drei gleiche Früchte, und wenn du dann irgendwie bei mehr Spielern vor allem nicht rechtzeitig dran bist, bist, um so eine Karte zu bekommen, dann kannst du die halt auch, dann kannst du auch keine Punkte machen, also, das finde ich immer dann ein bisschen schwierig, oder sogar, wenn, äh, da man ja ein Klauelement drin hat, ähm, kann man ja auch wieder die Karten weggenommen werden, ne, also, na, das ist dem Tom, glaube ich, letztes Mal passiert, und das kann dann ein bisschen hässlich sein, finde ich, ein bisschen schade auch, wenn man dann ja kaum Punkte macht, oder gar keine Punkte macht, äh, ist doof, aber bei unserer Partie ist das jetzt nicht so krass vorgekommen, deswegen hat es auch ganz gut funktioniert, also, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich mit dem Ding mache, eigentlich dachte ich so nach der letzten Partie, ach, irgendwie, war das jetzt nicht so reizvoll, war okay, aber ich brauche kein Stichspiel, das nur so okay ist, ich schmeiße es aus der Sammlung raus, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, aktuell würde ich sagen, ich lasse noch ein bisschen drin, so, dann, Harmonies, ja, das ist auch bei Boardgame Arena erschienen, und der Benni hat gleich mal so eine Partie eingeleitet, ich natürlich so, boah, wie war das nochmal, okay, ich fange nochmal an, irgendwie weiß ich es ja, aber irgendwie wusste ich ja nicht mehr so genau, wie gut ich das spielen muss, beziehungsweise, wie die Punkte für diese Gebietswertung am Schluss ist, also die Arten, wie das mit dem Fluss war, und mit den Wäldern, und ach, das wusste ich nicht mehr, das war mir dann auch irgendwie egal, ich habe dann einfach die, die Punktekarten genommen, habe dann versucht, meine Dinger irgendwie zu bauen, hatte dann mittendrin dann schon ein bisschen mehr Spaß, und fand es bei Boardgame Arena ganz nett gemacht, aber ich glaube, das ist auch wieder eine der Spiele, die ich lieber in physikalischer Form spiele, als auf, als digital, ja, dennoch fand ich es, hat Laune gemacht, wird es vielleicht auch gern nochmal irgendwann spielen, weiß aber noch nicht, ob es jetzt digital oder analog sein wird, aber, ja, Harmonies, nach wie vor ganz cool, so, jetzt habe ich hier zwei Finalisten, je nachdem, ob jetzt hier noch was kommt, okay, zwei Finalisten, erst dachte ich eigentlich, ich nehme das eine, dann habe ich wieder nachgedacht, das andere ist aber auch cool, also eigentlich sind irgendwie beide so ein bisschen meine Highlights, und ich rede erst mal von Spiel Nummer 1, und das ist Lumicora, ja, die Rita hat es wieder geschafft, sich in mein Herz zu spielen, mit diesem Spiel, ich finde Lumicora echt cool, es hat so dieses, es hat ein Plättchenlege-Element, aber auch, wie diese Plättchen genommen werden, ja, so dieses, ich will eins von meinen nehmen, aber eigentlich will ich eine Farbe reinspielen, kriegt er eine andere, da kriege ich ja mehr, aber eigentlich möchte ich auch diese, diese Korallen, wie heißen sie denn, diese Kalkstein, ne, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube Kalkstein, das will ich ja auch haben, aber dann ist eine hohe Zahl vielleicht weg, und das sind schon mal so kleine Entscheidungen, wie man überhaupt zu diesem Plättchen kommt, und dann noch das einbauen, weil man will ja eine Farbe an Farbe bauen, aber man will ja auch aufeinander bauen, aber das, was sichtbar ist, gibt ja dann Punkte, oder am Schluss noch Punkte, weil man die Symbole sammelt, das ist so ein Brainfakt, teilweise, wo man denkt, wow, das ist so komplett was anderes, was ich irgendwie erwartet habe, ja, oder beziehungsweise, es hat einfach super Spaß gemacht, ja, man muss aufpassen, dass man nicht in so ein Alenistus Paralysis reinläuft, und dann auf einmal anfängt, okay, wenn ich das jetzt da mache, dann kann ich das, auch wenn ich das höher mache, könnte ich das vielleicht einsetzen, dann ist das auf der Stufe, oh, das passt ja hier gar nicht, ja, und dann fängt man schon so an zu puzzeln, und denkt sich, wow, ich will es irgendwie schaffen, aber es funktioniert nicht ganz, ja, und dann denkt man sich, oh, scheiße, dann überdecke ich ja eine komplette Farbe, dann habe ich die nicht mehr, keine Angst, später kommen die garantiert nochmal, und dann ist es auch krass, wenn man so Letzter dran ist, und dann sieht, ah, guck mal, der Benni hat eine gelbe Fläche, Größe 3, ja, wenn ich jetzt das Plättchen baue, habe ich einfach eins mehr, und kriege dann die Mehrheitenwertung, ja, und das sind so kleine Elemente, das ist schon cool, und ich muss sagen, optisch gefällt es mir sehr gut, die Farben finde ich richtig geil, so dieses kräftige Blau, und dieses Pink und dieses kräftige Grün, ich finde, das sieht so schön aus, wenn das auf dem Tisch ist, aber das ist kein easy peasy Familienspiel, nee, da muss man schon so ein bisschen aufpassen, und natürlich kann man es irgendwie legen, aber da wird man wahrscheinlich nicht so weit kommen, und nee, das hat mir echt gut gefallen, geiles Teil, Rita, Numicora ist richtig schönes, auch die Print, ja, die haben ja bei mir noch nicht so richtig punkten können, und das Ding, ja, hat es reingehauen, ja, ein weiteres Spiel, das mich sehr überrascht hat, und eigentlich ziemlich cool war, ist, Numicora 2, nein, Lamicora, nein, La Cucaracha, La Crimosa eigentlich, ja, das Musikerspiel schlechthin, ja, man versucht hier Ludwig van Mozart, äh, genau, äh, letztes Stück hier zu vollenden, und, es ist auf jeden Fall wieder so ein richtiges, knackiges Ding, die Mechanik, ja, das ist schon mal die, die schon wieder so ein bisschen hinaussticht, heraussticht, ähm, Newton habe ich ja nicht gespielt, daher soll es ja so ein bisschen kommen, aber ihr habt Karten, die einen oben und unten Aspekt haben, und, ähm, man möchte natürlich die Sachen oben machen, während die unteren Sachen, also man spielt zwei Karten, oben eine rein, unten eine rein, Triple Layerboards, ähm, und das untere wird halt erst in der Einkommensphase abgehandelt, und, ja, mir gefällt dieses, diese verschiedenen Orte, Elemente, ja, das ist so ein bisschen so T-Spiel mäßig, kommen da wieder so, äh, kleine Sachen in den Kopf, dass man hier zum einen hier rumfährt, da möchte man natürlich an seinen Werken schreiben, da möchte man aber auch wieder diese Sachen haben, und eigentlich noch an der Symphonie irgendwie schreiben, und es sind alles so Elemente, die ineinander verzahnt sind, und, ja, was ein bisschen verwirrend ist vielleicht mit diesen Würfeln und diesen Scheiben, dass Scheibenressourcen sind, die Würfelressourcen sind, die aber dann weg sind, wenn man sie nicht ausgibt, ich weiß nicht, warum man da unbedingt diese zwei Elemente reinbringen musste, aber gut, es funktioniert irgendwie, aber, ja, komisch fand ich auch, dass meistens das Einkommen irgendwie furzegal war, natürlich kann man so ein bisschen drauf spekulieren, was man in der nächsten Runde vielleicht machen will, ja, und was auch noch ein bisschen komisches ist, oder gefährlich, nicht komisch, gefährlich, wenn man jetzt irgendeine Karte quasi kauft, kriegt man nicht mehr Karten dazu, sondern man tauscht die aus, das finde ich eigentlich ganz cool, aber, wenn man dann irgendwas weggibt, was dann vielleicht nur einmal im Deck ist, oder vielleicht sogar komplett weg ist, dann kannst du diese Aktion ja gar nicht mehr machen, bist du nicht, ne, man kann sie dann gar nicht mehr machen, wenn man die Feder weg macht, dann kann man keine Feder, also keine Schriftdinger mehr kaufen, und da muss man wahnsinnig drauf aufpassen, ja, ja, ist mir passiert, und da habe ich natürlich nicht so viele Karten gekauft, und auch keine so viele Orte, wie hießen das, Aufführungen, konnte ich dann keine machen, habe mich dann auf was anderes spezialisiert, und war dann überrascht, dass wir dann punktetechnisch gar nicht mal so weit auseinander waren am Schluss, aber, ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das, für jemanden, ja, der musikalisch ist, ist es natürlich dann nochmal cooler, deswegen gefällt es mir natürlich auch, und natürlich dieses alte Barocke, dieses Wiener, diese Zeit einfach, dass es auch so auf dieses Brett und dieses Thema so schön auch umgesetzt wurde, ja, das hatte was, aber es hat so ein paar fiese Elemente, auf die man aufpassen muss, ja, auch mit diesem Reisen, dass so Plättchen weggenommen werden, dass du dann das nicht mehr dort machen kannst, es ist nicht ganz ohne, ja, deswegen, ich bin noch ein bisschen verhalten, aber ich finde es trotzdem eine Überraschung irgendwie, weil es mir sehr gut gefallen hat eigentlich, aber es ein paar so gefährliche Elemente hat, ja, so, ja, das war es jetzt von meinen Sachen, und zum Thema, wie suche ich ein Spiel aus, das habt ihr ja vielleicht im T-Talk gesehen, da brauche ich ja wahrscheinlich auch nicht mehr so viel drüber reden, ähm, ja, ich fand es bei Adele sehr schwer, das war im letzten aufgetischt, da standen wir wirklich da, und haben dann so gesagt, okay, ja, wie, machen wir jetzt das, nehmen wir jetzt das, also ich hätte auch Bock auf das, also mir ist es egal, mir ist es auch egal, aber mir ist es eigentlich auch egal, ja, was nehmen wir jetzt, komm, dann spielen wir doch das, was wir eigentlich vorhatten, Adele, ja, dann haben wir Adele gespielt, ja, aber das sind dann so Momente, wo man dann echt nachdenkt, nach welchen Kriterien kann ich denn jetzt auf den Tisch klopfen und sagen, Leute, wir nehmen jetzt einfach das, vielleicht gibt es ja immer einen in der Gruppe, der dann das Ruder übernimmt und dann wirklich sagt, auf, jetzt machen wir das, wenn dann auch alle damit d'accord sind, aber wenn man dann auch noch so einen hat, ah, das kenne ich, das ist jetzt nicht so meins, jetzt dann wird das schwierig, muss man wieder neu gucken, was nimmt man wen, nimmt man mit rein, passt das dann mit der Aufteilung, ja, ja, ist natürlich einfacher, wenn Leute zu mir kommen, sagen, hey Dennis, wir machen mal einen Spieleabend, such mal irgendwas aus, und dann suche ich meine fünf Sachen aus, und dann los geht's, und dann kommen wir eh nur zu drei, nee, aber das macht es natürlich einfacher, aber, ähm, wenn man in einer großen Gruppe ist und sich dann entscheiden muss, was, mit was legen wir denn jetzt eigentlich los, oder was wollen wir denn eigentlich, eigentlich haben wir nur Zeit für zwei Sachen, aber es sind zehn Sachen da, macht es natürlich schwierig, so, ja, das war es jetzt mit dem Aufgetischt, und, äh, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Spiele ihr davon kennt, spielt, gut findet, vielleicht auch sagt, nee, bist du blöd, das ist doch voll der Mist, oder hier, Through the Desert, ist so geil, das will ich haben, gib mir das, weiß ich ja nicht, äh, schreibt's rein, und, ähm, ja, ich würde sagen, das war es jetzt, es ist hier furchtbar heiß, ähm, ich werde jetzt unter die Dusche hüpfen, das will keiner hören, ist egal, macht's gut, schöne Woche, und bis zum nächsten Mal, bye bye. Wir konnten das Spiel sogar einmal, wir konnten das Spiel sogar da mal, äh, neu, und bis zum nächsten Mal.